Ein Russe sitzt in einer deutschen Kneipe und bestellt sich ein Bier. Der Kellner bringt eins und stellt es auf einen Bierdeckel auf den Tisch. Nach kurzer Zeit bestellt der Russe noch ein Bier. Der Kellner bringt es, aber der Bierdeckel ist weg. Also legt er einen neuen unter das Bier. Es dauert nicht lange, da bestellt der Russe ein weiteres Bier. Wieder ist der Bierdeckel weg, aber der Kellner hat die Schnauze voll und legt keinen neuen unter das Glas. Daraufhin fragt der Russe, wo bleibt Keks?